Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Oblivion. So, wir sind auf der Suche nach Detra-Artefakte, damit wir ein Portal zum Paradies eröffnen können. Quasi so ein Special Owned Oblivion Portal. So ein Tor halt. Ihr werden sehen, ob es so aussieht wie bei Mankakamoran oder auch nicht. Oder ob wir einfach nur ein Riesen-Gate machen. Soweit sind wir aber noch lange nicht. So, es ist schon mal hier die richtige Gilde. Äh, ja, schon die richtige Gilde. Und dann müssen wir in sein Zimmer. Ich hoffe, wir finden noch welche. Es sieht sehr unwahrscheinlich aus. Und das ist scheiße. Sehr scheiße. Oder war das ein Zimmer? Unwahrscheinlich, wahr? Mann. Haben wir die etwa alle abgegeben? Reden wir mal mit Tekus. Oder Tetson. Und ich komme die ganze Zeit gegen das Mikrofon. Auf zum Training. Auf, auf, Kameraden. Seht euch vor. Okay. Ähm. Wir reisen mal hier hin. Dann holen wir uns halt ein anderes Tetra-Artefakt. Oder warte. Nein, 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 nein. Erstmal auch Molag Balz. Wir haben ja, äh, wir müssen uns ja nicht beeilen für die Hauptstory. Können uns ja Zeit nehmen. Außerdem gehört es ja zur Hauptstory mehr oder weniger. Wir hantieren mit den Tetras rum. Ihr wandelt im Schatten des Verderbers. Weshalb seid ihr hier? Schreien von Molag Bal. Was wollt ihr am Schreien von Molag Bal, dem Peiniger der Menschen? Opfer darzubringen. Wenn ihr meint, würdig zu sein, bringt Molag Bal ein Opfer. Das Fell eines Löwen. Kein Problem. Ich werde hier sein. Hm. Hm. Ich weiß, da war ein Löwe. Den haben wir, glaube ich, nur nicht geplündert. Dann sind wir zum Gucken, wie wir uns ein Fell kaufen können. Und du, Burn. Hey, was hab ich euch denn getan? Du bist geboren worden. So, hier haben wir mal einen Löwen getroffen. Da sehen wir doch. Da ist es. Die Mietekatze. Ihr könnt unter Wasser. Was für unter Wasser. Nur meine Hand ist unter Wasser. Aber das war's auch. So. Das geht doch. Löwenpelz. Danke. So, dann zurück zum Molag Bal. Und überreichen mal das schöne Löwenpelz. Guck, guck. Da bin ich wieder. Ja. Noch ein Sterblicher, der kommt, um mir zu dienen. Ich wünsche Leiden und Tod. Ihr werdet mir beides bringen. Ich möchte einen Mann sehen, der zum Äußersten getrieben wird. Und dann über die Kante gestoßen wird. Ihr werdet Melos Petilius bei Brindlers Heim finden. Ein guter Mann. Ein Ehrenmann. Er ekelt mich an. Ihr werdet zulassen, dass ihr euch hier getötet. Dem verfluchten Streitkolben. Während ihr dies für mich tut, werde ich euer armseliges Leben schützen. Wahrscheinlich. Geht mir aus den Augen. Malak Bal sprach mit mir und wünschte, dass ich ihm die Korrumpierung von Melos Petilius helfe, indem ich ihm dazu bringe, mich mit dem verfluchten Streitkolben zu töten. Ich soll zu Brindlers Heim gehen und schauen, was ich dort finden kann. Verfluchter Streitkolben. Hm. Wir können uns nicht bewegen. Das ist nicht so toll. Wir haben ja auch Items ohne Ende. Oh, hier müssen wirklich einiges loswerden. Vor allem die Bücher, die wiegen ja Tonnen. Oh, so weit ist es ja gar nicht. Ah, verpiss dich. Ich kann dir noch ein Feuerball hinterherjagen. Wusch. Ja, renn zum Obliventor. Tu das für mich. So, gehen wir weiter zu Brindlers Heim. Und sammeln noch Alchemie-Zutaten. Wir könnten uns auch mal auf die Suche nach dem Einhorn machen. Schattenstute hat mich verlassen. Nein. Jetzt müssen wir die wieder abholen. Naja, so weit ist hier dieses Brindlers Heim ja auch wieder nicht. Wahrscheinlich können wir es jetzt schon sehen. Ja, ich sehe es. Und ihr wahrscheinlich auch. Das ist ein Pferd. Das ist ein Pferd D. Ist das Schattenstute dabei oder? Unwahrscheinlich. Milos PT Zielewurf. Ich habe von ihm gehört, aber ich glaube kaum, dass... Boah. Auch ihr. Ich will deine Handschuhe. Nein, nicht wach. Boah. Hier. Wusch. Was? Jetzt. Ich habe von dem armen Kerl gehört. Er hat wahre Wunder für die Menschen hier vollbracht. Nichts war ihm zu unwichtig. Wie es aussieht, haben wir im Blue Screen. Horden von Goblins, als sie den...